hallo mein name ist tobias und in diesem video werden wir einen transformer einbauen wir werden javascript verwenden um unser json objekt umzubauen denn damit geht das ganz besonders einfach schauen wir uns also unsere bisherige route an die bestand aus drei schritten wir haben die nachricht aus einer datei eingelesen wir haben sie auf der konsole ausgegeben und wir haben sie wieder in eine anderes verzeichnis als datei ausgegeben dieser file consumer und der fall producer die stehen repräsentativ für die anbindung von irgendwelchen fremdsystemen und ganz häufig wenn man nachrichten zwischen fremdsystemen hin und her schaufelt muss man die nachricht zwischendurch verändern und genau das werden wir in dieser lektion machen wir werden hier zwischen diesen beiden bausteinen einen weiteren baustein einfügen den sogenannten transformer oder auch translator und der wird die nachricht die hier ankommt verändern schauen wir uns doch mal das zielformat an ich habe hier mal ein jason vorbereitet diese dateien liegen auch wieder auf dem git unter camel introduction für kapitel 02 javascript transformer und ich ziehe mir die datei jetzt mal temporär ins projekt rein und schauen mir das original nochmal an und das zielformat und ordne die hier mal gerade nebeneinander an und da sehen wir dass die relativ identisch sind im original heißt zum beispiel die nummer nr und im zielformat ist das dann die id und das ist so ein klassiker oder auch das datum ist hier formatiert mit tag monat jahr mit punkten getrennt und hier ist es eben andersrum mit minussen getrennt das heißt wir wollen in dieser transformation sowohl die datenstrukturen ändern als auch das datenformat ändern und das ist so ein ganz typisches beispiel was man eben mit camel realisieren will wir werden hier javascript verwenden denn java bringt seit java 7 nas horn mit und nas horn ist eine javascript engine und die erlaubt es mir ohne weiteren aufwand javascript eben auch zum beispiel im back end zu verwenden schauen wir uns also an wie das geht dazu müssen wir erstmal die pom aufmachen das ist die maven beschreibung unseres projekts und hier werden wir eine neue dependency zu unserem projekt hinzufügen bisher verwenden wir hier lediglich camel core das heißt also die kern funktionalität von camel und jetzt werde ich weiterhin die skript unterstützung von camel hinzufügen das nennt sich camel script so und des weiteren werden wir noch eine dependency verwenden und zwar die guava dependency das kann man auch googeln hier guava ist eine library von google und da werden wir die in der version 19 einbinden so und das mache ich hier mal gerade und das war es so immer wenn man die pom geändert hat dann muss man eclipse das mitteilen damit dass die projektbeschreibung in eclipse aktualisiert deswegen markiere ich das projekt drücke alt f5 und enter und dann aktualisiert eclipse das projekt und lädt gegebenenfalls diese dependencies auch herunter so gut jetzt habe ich hier vier javascript dateien die kopiere ich mir mal ins projekt rein in nach src main resources und diese javascript dateien da sind drei davon sind libraries die man sich einfach eins zu eins aus im internet herunterladen kann die in bestimmten zweck erfüllen die wir auch gleich noch sehen werden und die vierte datei das ist die datei mit der wir tatsächlich unsere nachricht verarbeiten und was die genau macht schauen wir uns jetzt gleich an als allererstes jedoch will ich diese datei tatsächlich aktivieren dass die in unserer route aufgerufen wird und dazu baue ich in unserer route einen neuen schritt ein und zwar sage ich hier process utils also dann brauchen wir noch eine weitere klasse und zwar die utils klasse ist eine hilfsklasse das schauen wir uns auch gleich an und ich sage hier utils javascript und sagt bitte transformiere doch diese nachricht die hier von dem ersten baustein ankommt mittels der javascript datei convert.js so und jetzt kann man die route noch ein klein wenig schöner machen indem man hier dieses diese methode javascript das ist eine statische hilfsmethode hier die sozusagen einfach ein ein string des ressourcennamen des scripts als parameter akzeptiert die kann man statisch importieren indem man hier steuerung shift und m drückt damit fällt das utils punkt weg dafür ist hier oben jetzt ein statischer import hinzugekommen und dadurch sieht unsere route wieder sehr schön aus und das ist eigentlich auch das ziel in camel immer dass wir wirklich für einen baustein eine möglichst knappe beschreibung dieses bausteins hier in dieser java domain specific language haben ja gut das ist der aufruf und ich teste das jetzt einfach mal gerade und wir werden jetzt auf der konsole den output sehen wenn die nachricht verarbeitet wird der output ist jetzt fu bar hat also nur einen eintrag im javascript und das liegt daran dass in dieser convert js datei hier der ergebnis body auf fu bar gesetzt wurde und sonst nichts weiter schauen wir uns die javascript datei also kurz an das ist jetzt javascript wie man üblicherweise javascript programmiert wir verwenden hier require und genau dafür brauchen wir auch diese utils klasse um diese unterstützung von require zu verwenden require lädt andere javascript module aus anderen javascript bibliotheken und wir laden hier die underscore bibliothek aus dieser anders score js datei und die unterstützung für require kommt im endeffekt aus diesem jvmnpmjs raus und damit das wiederum geladen wird das macht eben genau diese klasse utils wenn wir uns die angucken die ist nicht sehr schön die lädt genau dieses jvmnpm mit dazu zu diesem spezifizierten convert js hier aber das ziel ist eben genau mit dieser utils klasse einerseits unsere route hier extrem knapp drückt exakt das aus was wir machen wollen und zweitens können wir javascript programmieren wie man es üblicherweise aus javascript gewöhnt ist nämlich eben require verwenden gut als nächstes deklarieren wir uns hier einen hash den verwenden wir später dann machen wir hier einen camel aufruf das ist wirklich ein camel aufruf fast wie man ihn in java direkt geschrieben hätte damit ziehen wir uns aus der ankommenden nachricht den body raus das heißt es ist die eingelesene jason datei die die route entlang wandert die parsen wir jetzt nach jason und das heißt dieses b ist in javascript ein geparstes jason objekt wir filtern jetzt dieses den key b positionen das ist ja wenn wir uns nochmal erinnern b positionen ist genau dieses array der bestellten positionen und das filtern wir jetzt nach denen die hier lieferbar sind und das ergibt wieder eine liste von allen positionen die lieferbar sind in der bestellung und das merken wir uns als lieferbar so und jetzt setzen wir den request body auf ein jason objekt konvertiert in einen string so und hier können wir jetzt genau die konvertierung machen also schauen wir uns das gerade mal an dann machen wir das mal so und als allererstes wollen wir also diese nummer in die id umbenennen und das heißt was wir hier hinschreiben ist dann wir erzeugen ein key id das ist also der ziel key und wir sagen bitte füge als wert doch von dem original body den wert nr ein so und das können wir gerade mal testen halte das programm nochmal an und start es neu und hier sehen wir jetzt dass ein key id erzeugt wurde das heißt insofern erfüllen wir schon mal genau das zielformat und der wert ist eben genau die nummer der eingehenden bestellung das hat schon mal funktioniert und so geht das jetzt weiter wir gehen jetzt schritt für schritt das zielformat durch als nächstes wollen wir das datum konvertieren so um das datum zu parsen verwenden wir die moment library die moment library haben wir uns auch heruntergeladen die liegt hier als moment js und können die dann hier verwenden so und damit geht das wirklich extrem einfach wir nehmen das eingehende datum parsen das exakt in dem format in dem das da ankommt das war also tag monat jahr und geben das dann wieder im anderen format aus in jahr monat tag das das datum so der kunde wurde einfach übernommen das heißt wir schreiben hier einfach b kunde genauso die adresse so bei den positionen ist es jetzt so dass wir nur die lieferbaren positionen übernehmen wollen und deswegen sagen wir dass wir hier die underscore bibliothek verwenden und diese lieferbar liste abbilden mittels einer funktion und zwar das ist die hier deklarierte funktion und wir geben jetzt hier eine einzelne position zurück und in dieser einzelnen position haben wir einträge wie zum beispiel nummer index bei der nummer ist es jetzt so dass es also hier diese nummer einer einzelnen position das ist die wievielte position das ist dieses wievielte haben wir hier jetzt gar nicht zur verfügung in der eingabe aber in dieser funktion bekommen wir den index übergeben der index zählt einfach diese eingehende liste also im lieferbar hoch der index ist allerdings null basiert die nummer hier soll eins basiert sein und deswegen addieren wir hier noch eins dazu so die menge wird übernommen die einheit soll jetzt hier übersetzt werden und zwar haben wir hier zum beispiel pkg für package und hier packung und und hier fl für flasche und hier eben einheit flaschen und das heißt wir müssen hier eine übersetzung machen und das ist eben genau dieses hash was hier oben deklariert wurde das macht uns diese übersetzung und das heißt um den key einheit zu erzeugen nehmen wir einen wert und dieser wert gucken wir im hash einheit hier nach und zwar unter dem key p einheit das heißt wir nehmen hier die einheit raus stück gucken dann im hash wert nach bekommen stk und stk ist eben genau die entsprechende ausgabe die wir dann haben wollen so artikel und preis werden wieder übernommen und als allerletztes wollen wir hier im zielformat noch einen gesamtpreis haben das heißt wir wollen jetzt über alle positionen den einzelpreis multiplizieren mit der menge und das dann auf addieren und da bietet sich auch wieder funktionale programmierung in javascript sehr gut für an so was wir hier machen ist dass wir diese lieferbar liste reduzieren und das heißt diese funktion hier die wird iterativ mehrfach angewendet für jeden eintrag in dieser lieferbar ist also für jede position die lieferbar ist diese funktion wird dabei beim ersten mal aufgerufen hier als erste parameter mit der null der null ist das initiale wert von memo und p ist die allererste position und wir addieren jetzt die erste position dazu und von ersten position nehmen wir den ihren preis und ihre menge multiplizieren das und addieren das zu der null hinzu und geben das zurück der rückgabewert ist dann der nächste wert von memo wenn die nächste position hier übergeben wird das heißt das wird dann nach und nach ausgeführt und berechnet uns den gesamtpreis schauen wir uns das ganze mal an das dauert etwas bis javascript geladen ist und die engine geladen ist und lauffähig ist wenn die einmal geladen ist geht das deutlich schneller und jetzt sehen wir hier unsere ausgabe das ist genau das zielformat was wir haben wollten ich schaue mir jetzt noch mal die datei an die ist natürlich in einer zeile jetzt ausgegeben worden das ist ein bisschen nervig man kann allerdings steuerung shift f drücken um das ganze zu formatieren das wird natürlich beim nächsten lauf des programms wieder überschrieben aber wir sehen jetzt das ist das zielformat was wir erreichen wollten ja so einfach ist das javascript in camel einzubinden und wir sehen für jason nach jason transformation ist javascript eigentlich die programmiersprache der wahl ja das war's für diesmal und versucht auch einfach mal mit javascript und der underscore bibliothek ein bisschen zu experimentieren bis zum nächsten mal